Es gibt fünf Täter und jeder nimmt die Alleinschuld auf sich. Von den Drahtziehern fehlt jede Spur. Ihr habt gesagt, die Angelegenheit sei erledigt. Da kommt nichts mehr nach. Am Montag verdient sich deine Bank eine goldene Nase. Ein alter Fall, neu aufgerollt. Es besteht Verdacht auf Menschenhandel. Allein gegen Machtgier und Korruption. Wozu wären Sie denn bereit zu sterben? Tatort, das Goldene Band. Sonntag, 20.05 Uhr, SF2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017